Ronny, komm her da! Ronny, komm her da! Im Landes ohne Augen zu haben, wir trinken den Sekt. Wird das aus der Plasche oder was macht's da? Na sicher. Das ist ein Glas Versteckstrin. Sekt Orange für Ronny. Wo ist denn der, wo ist denn der, wo ist denn der Gerhard, der Chef? Der Gerhard ist einfach eine Weile. Der Gerhard, da ist das Vogel und du bist das zweite Vogel. Kreisliga nie mehr. Keine Kreisliga mehr für uns. Keine Doppelbelastung mehr im Frühjahr. Das war nicht gut. Super. Du bist der Wahnsinn. Die neue Kamera. Stefan, rein ins Vogel. Stefan, nächstes Jahr brauchst du keine Kamera halten, du stehst dann auch. Der Ballab setzt sich schon wieder ins gemacht, ja nicht. Na sicher. Der Ballab setzt sich ins gemacht, ja nicht. Stefan, Stefan weiß genau, wenn du 35er spielen musst. Die anderen, lass dir die Hundsarbeit machen und vielleicht später nachher rein. Das war ja der Sektor. Sicher. Aber früher sind wir gar nicht aufgestanden, da ist uns das geschenkt worden, ne? Das ist ja geschenkt. Ja. Das war Doppelgegen. Ja. Das ist ja geschenkt. Das war die